Herzlich Willkommen zurück zum nächsten Part von Cities Skylines. Wir nehmen uns immer noch dem Stauproblem an, in der Stadt mehr oder weniger. Von diesen Zügen hier. Müssen wir mal schauen wie wir das machen. Ich hab schon Pläne. Zu Hilfe nehmen wir uns den neuesten Patch von Cities Skylines, der das Bauen von Tunneln ermöglicht. Für uns natürlich klasse von Vorteil. Dadurch haben wir schon in der letzten Folge gleich einmal da unten neue Streckenverbindung gekriegt, die vorher da außen rum gegangen ist. Des Weiteren habe ich mir ja durchdacht, wie ich das umsetze, das Zugproblem zu lösen. Im Klartext wird ein Doppelgleis für Güterverkehr geben und eins für Regionalverkehr, also für Passagierverkehr. Das heißt im Klartext auf jeden Fall die ganze Kreuzung da, das müssen wir auch alles umbauen. hoffentlich kann ich da jetzt noch anbinden und die Wanne zu weit machen. Das waren die jetzt scheiße, die ich die abgerissen habe. Jetzt können wir doch nicht bauen. Können wir Karten noch kaufen? Eieieiei, druggelt's ein wenig. Jetzt geht's wieder. Dann können wir das Land kaufen, dann können wir es zumindest noch ausschließen. Dann können wir das. zum anderen gleise entlang das brauchen wir ja nicht mehr die alte umfahrung sozusagen die ist ja hinfällig ja wenn wir dann gleich davon dem autobahn kreuz dreieck wie man immer dazu nennen will bisschen abstand halten mit den gleisen lassen wir gleich wieder im weg sind wenn wir es jetzt schon neu strukturieren auch viergleisiger ausbau vollständig durch die ganze stadt es wird wahrscheinlich in zukunft auch daraus hinauslaufen dass wir einen dass wir den güterzug auf viergleisig umstellen müssen und mit zwei zusätzlichen gleisen nochmal den personenverkehr fahren müssen hatte ich mir auch schon mal ausgemalt weil das war hier doch schon ein rechtes chaos immer jetzt tun wir das mal alles schön durchstrukturieren und dann dann kann man ja dann da dann dann so dann 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 zwei Doppelgleisen für den Güterverkehr, weil da staut sie es auf Anja total, sieht man jetzt schon, das steht ja jetzt komplett, also Appenverteiler für den Güterzug weg. Gut, dann müssen wir nochmal ein bisschen umbauen, da müssen wir jetzt nochmal in die Tiefe gehen, dass wir uns ein leichter tun, gleich mit dem Verbinden. Jetzt haben wir natürlich ein paar Probleme, wie wollen wir den richtig anbinden? Okay, gerade können wir auf jeden Fall da nichts anbinden, wäre es so praktisch, aber da kann auf Cannes voll ja natürlich darin da vorne. So, boah, das ist natürlich absolut scheiße. Wenn wir das Ganze halt so machen. Wenn wir die Leute auch da runter kommen. Boah, dann wäre es praktisch, wenn wir in keinem so engen Kreis fahren, ne? Sondern dann schön in den weiten Kreis machen. Ich weiß nicht, ob wir da gerade. So. Ich weiß nicht über prototypfer sempre. Is das tao? so haben wir das schon mal gelöst müssen wir natürlich das da noch anschließend richtig wieder das gefällt ihnen nicht dass sie jetzt wieder den lärm abkriegen aber dann haben sie pech dafür haben sie da personen anbindung nahverkehrs anbindung das ist doch für das geschäft auf jeden fall ganz praktisch gut da läuft zwar noch nicht richtig der bahnhof aber so haben wir das jetzt schon mal angebunden vernünftig als theoretischer praktischer wenn wir gehen so und dann können wir da so stehen statt mit dem kreis das baum jetzt um das sieht ja so überhaupt nicht vernünftig aus kann man messerungen lösen so kann man das jetzt lassen ja genau so ja da führen wir wieder den Tunnel unten durch damit wir ein Kabelöden Kreuzungen schon wieder haben wenn wir jetzt die Möglichkeit haben dann machen wir das natürlich auch so müssen wir natürlich noch ein Parallelkleist von da oben herunterziehen dass wir hier das möglichst anbinden können so ist das glaube ich noch vertretbar da haben wir da für Güterzüge und da das für Personennahverkehr auf jeden Fall wollen wir mit Doppelgleise rauf fahren das ist ja ohne weiteres gar nicht so machbar weil da kriegen wir ja kein zweites Gleis mehr vorbei ne aber wir könnten ja mit dem Tunnel weiter gehen dann können wir nicht ganz so nah aneinander sein dann 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 bis dahin dann tauchen wir jetzt auf wieder dann 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 das genau so weiter dann 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 da kommen wir auf jeden Fall vorbei da gehen wir dann auch wieder mit einer Brücke oben drüber hier hier bereits bei den anderen beiden Strecken dann ab hier werden wir jetzt nochmal ein bisschen umbauen müssen oder sollen werden wir aber bereits ab hier drüben machen das Gleis hier wird noch für den Güterzug reserviert werden dann da wir mit dem Personenverkehr einfach unter allem durchfahren können gut das ist ja jetzt nur die Frage wie löse ich das Ganze ne ist ja jetzt nur die Frage wie löse ich das Ganze ne ist ja hier einmal bis zuher in der Reisezeit montieren war das da jetzt müssen wir von hier müssen wir da rauf fahren So, haben wir im Personenverkehr auf jeden Fall schon mal neu verbunden. Jetzt sind wir nur noch den Güterzug wieder, dass wir auch beide Gleise nutzen können. Praktisch wäre da haben wir zwei und da haben wir, dass wir uns ermöglichen von dem Gleis hier auch noch einmal da rüber zu kommen. Auf das hier. Das wäre ja kein Problem, da müssen wir nur die Kreuzung hier nochmal ein bisschen umbauen. So, da gehen wir jetzt runter so langsam. Genau, wo ich beide... Na gut, das verbinden wir jetzt da einfach mal wieder rauf. Es geht momentan nur ein Güterbahnhof. Dann macht da nichts. So, haben wir das auf jeden Fall auch schon mal angebunden. Jetzt können wir zwei Züge, zwei Gleise für die ganze Strecke da hinten für den Güterverkehr nehmen. Und jetzt dürfte sich der Zugverkehr auf jeden Fall auch entspannen. Der Personenzugverkehr auf jeden Fall. Hoffe ich zumindest. Will der auf das Gleis da hüben. Das ist natürlich jetzt... Wir können uns da noch eine Umfahrung theoretisch für den Bahnhof leisten. Dann wird der Stopp gerade momentan alles. Also müssen wir uns für den auch noch eine Umfahrung leisten. Oder läuft das jetzt? Ja, lassen wir es erst mal laufen und schauen und später nochmal hier. Wenn es sich wieder ein bisschen beruhigt hat. Dann haben wir jetzt sehr viel Tunnel eingesetzt. Vor allem also den Rückstau haben wir auf jeden Fall schon mal zurückgebracht. Das ist nachdem wir hier schon Personen- und Güterverkehr trennen. Haben wir das schon so hingebracht. Das nächste wird natürlich sein, dass wir das komplette Gebiet hier überarbeiten. Ich habe da schon exakte Pläne, wie ich das haben will. Also von daher, seid gespannt. Das gibt es nämlich nicht mehr jetzt. Sondern erst in der nächsten Folge. Weil die hier ist schon wieder rum. Und, ja gut. Weinsteine, wo wir was schaffen wollen, die 90.000, das sind wir nur weit entfernt, ne? Und auf jeden Fall noch nachlegen in der nächsten Folge. Bis dahin. Euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag.